Wir müssen den BIO-Gefahrgut-Behälter schützen. Der Puls hat die UMP und die ist echt bissig. Warte, haben wir Kessel? Macht mal noch nicht zu, ich muss noch Dings reinlegen. Die Drohne der Gegner hat BIO-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Es bleiben 5 Sekunden. Die Gegner haben den BIO-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. HVS ist platziert und einsatzbereit. Okay. Na, warte, hier ist der Holz bei der Karte, da komm ich durch. Ach, tut die Komp? 3 HP. Unten, Mitte. Ich bewege mich hier keinen Zentimeter. Nur einer muss man nicht hochhelfen. Ah fuck man, hinten bei uns. Die Gegner sichern den BIO-Gefahrgut-Behälter. Die Gegner von der Sicherung des Behälters... Pfff... Scheiße... Die sind in der Karte. Ist mir nur noch zu zweit? Ja. Fuck. Ich markiere euch durch die Camp. Ohhhh... Da ist er. Noch nicht aufs Dings. Gleich geht das Licht aus! Wir sind leer. Weiteren Zugriff auf den BIO-Gefahrgut-Behälter verhindern. Sicherung des BIO-Gefahrgut-Behälters unterbrochen. Die Feinde ausschalten. Was ist das? Ey, die auf die Doppel ist das recht. Fuck, was ist das? Fuck, was ist das? Fuck, was ist das? Was ist das? Wanna-Wand-Wand-Wand-Wand-Wand-Wand-Wand-Wand-Deck? Ich binЕhrter. W38-Wand-Wand-Wand-Wand-Wand-Wand-Wand-Wand. Keine Ahnung, ob das du schreibst. Der kommt da, glaube ich. Der Rösser. Der hört sich noch über dir an. Mhm, irgendwie schon. Aber der ist unter mir wahrscheinlich. Bein identifiziert, was? Der kommt da. Nice. Eigener Trupp Siegreich. Alle Gegner eliminiert.